Uh, Standardgefecht, nice. Top-Tier, mal gucken was die Roma im Top-Tier kann. Gegen Zehner ist sie super, aber gegen... Ich hab schon 5 Schlachtschiffe. Mit dem gleichen Kaliber ist sie einfach scheiße. 5 Schlachtschiffe, dann würdest du ein bisschen Schaden machen. Ja, mit dem Mistding da. Ich hoffe du hast sie auf GANDDD geskillt. Mit der Roma, er hat doch die Asaschia nicht mehr. Was? Achso, ah ja gut dann. Ja gut, das stimmt. Ich hatte auch erstmal Asaschia. Was machen wir denn da? Oh, ich seh schon, Kutus auf Schnuckiputz. Ich fahr mit dir ne kleine Runde. Soll ich hier bis ins Morgen? André wieder hier der Schmerzer ist. Ein und wieder muss man einfach ein bisschen. Ach, da gibt's... Dann quasi der Mitraucher, ja? Der ist schon wieder die Klotapete dabei. Der Passivraucher ist... Ja, Passivsmoker. Vollkommen korrekt. Ja, das ist die Tapetentarnung plus FreeXP etc. Weil ich brauche die Millionen, sollte die Alaska für eine Million FreeXP bekommen. Ja, die habe ich schon langsam. Ja, ich hoffe, ich hoffe ja, man weiß nie. Man darf überrascht sein, wenn es dann kommt. Ich hab keine Ahnung. Also ich weiß wirklich nicht. Dann will ich aber alle, die Großstadt haben, die müssen halt dann die 300.000 nachzahlen. Wie meinst du das? Ach so. Ja, das wäre nur fair. Ich finde, die sollten dann alle im Preis so anheben. Oder vielleicht machen wir gleich 2 Millionen draus. Nein, ich hoffe natürlich, dass es für 750.000 kann. Alles andere wäre relativ unfair meiner Meinung nach. Oder die Alaska müsste um einiges besser sein als die Großstadt. Ja, nein. Es ist... Ich weiß sie nicht. Also... Je nach Spielstil ist sie besser oder schlechter. Es ist nur meine Meinung. Aber... Man fährt sie wahrscheinlich ähnlich wie so eine... Wie so eine Iowa oder eine Missouille, oder? Ja... Alles mit dem... Ja... Es ist ein bisschen komplizierter, aber... Ja, ich hab schon gesehen. Aber die wird sich... Verscheust sie nicht. Sonst brauchst sie sich. Jetzt machst sie sich ins Höschen. Die wird die ja sowieso abbremsen, oder? Nein, die fährt voll. Die hat volle Pulle. Alles gut. Lass die reinlutschen. Bist die nicht mehr? Ja, nein, ich will aber jetzt schi... Ja, die will in die Insel. Ja, ich schi... Schi... Jetzt ist sie zu. Scheiße. Wir haben ein Flugzeug raus. Jetzt hat sie geschossen. Sie hat geschossen. Geh auf. Oh ja... Schon 2-7. Vielen Dank. Ich habe alles, was ich wollte. 3-6. Noch in Edinburgh. Und dabei finden sie. Jetzt smogt sie hinter der Insel. Oh... Nein, die Ritschi! Geh doch auf! Nein! Was macht denn die da? Auf zu! Auf zu! Auf zu! Ach, das ist doch lächerlich hier, oder? Was ist das? Ich bin zu genial hinten. Aber kann mich nicht an. Die ist außer Gleichheit. Ich bin zufrieden. Ja, ich bin zufrieden. Ja, du kannst die Ratsch. Oh, ich hab zu hoch... Oh, die muss raus. Die ist mir ein Dorn im Auge. Ach, ein Durchschlag, gell. Muckt sich. Rausgerutscht? Oh ja, drei zieht das, Baby. Wie? Ja, auf die Edinburgh. Was? Und Durchschlag gemacht. Also dieses langweilige Kämpfergefecht hier. Wo ist sie denn? Wollen wir da jetzt rumrushen? Na ja, schau dir, Roma. Sag doch was an, Nasi. Damit wir dir ein bisschen helfen können, wenn du da rumrushst. Ich bin groß genug, oder? Seht mich doch. Ja, ich hab mal den Boost dran. Ja, wenn man so... Ist du die Schaper raus, Nasi? Weiss nicht, wenn sie die treffen, ja. Wenn man so konzentriert... Ah, guck mal hier. 1200 Durchschlag von oben. Mit rumsnipen ist, dann ist es ein bisschen... Rischeljö, die steht da. Ja, die Rischeljö ist das. Oh Gott. Wie ist es mit HE? Muss ich HE reinmachen? Und morgen... Nein, du musst näher ran schauen zuerst. Dann hast du smoke. Verlies... Ja, drück jetzt. Achtung. Das ist ziemlich schnell. Ja, breit weiter. Hallo. Oh, ich hab hier einen... Was? Ich hab hier einen Durchschlag gemacht und hier eine Flak ausgeführt. Ich glaub der smoke zeigt sich gar nicht aus. Solange wir... Solange die Edinburgh den smoke hat, kannst du nur auf die Rischeljö schiessen, ohne aufzugehen. Mach ich auch gerade. Also hau einfach raus. Ich bin offen. Ah, super. Dann schiess die Edinburgh. Ja, jetzt bin ich auch offen. Ja, jetzt sind wir halt einen Meter näher ran gefahren. Irgendwas ist da. Das ist ja kein Problem. Sie wirst auf dich gezielt. Nee. Komm mal. Alles ist gut. Ja. Eddie? Komm nicht rum hier Eddie. Eddie möchte nicht spielen. Ich kann hier zum Beispiel jetzt schießen ohne aufzugehen, voll geil. Der Edinburgh müsste ich gleich kriegen, wenn ich rumkomme. Ah, pass auf die Torps auf. Ich glaube die fährt dann, ja die wird nach vorne fahren, dann werde ich umschalten auf AP, um ihr eine schöne Breitseite zu verpassen, damit sie dich nicht torpen kann. Ich sollte sie vielleicht warnen, dass du rumkommst, damit sie nach vorne fährt und versucht zu fliehen. Nein, die versucht nach hinten zu fliehen, echt jetzt? Ja. Wie dämlich ist das denn? Ah, ich komme nicht ran, jetzt. Ich geh aber zu den 1000. Jetzt kommst du vor. Dann wird wahrscheinlich Storpedos fressen. Hmm, hoffentlich. Kann sein. Nein, die kommt nicht vor. Die fährt zurück, das Luder, die musst du nehmen. Ja. Warte ich mit der Rechte wieder noch ein bisschen. Nein, die kannst du ruhig uns lassen, oder Schakel? Das ist gut. Du bist übrigens mit High, ja? Hm, die ganze Zeit schon. Da ist die Edinburgh. Oh. Er ist verkackt. Verkackt. Da ist ne Hipper auf. Nächstes Kilometer. Ja. Ja, warte ich muss. Ich schieße zuerst die Eddy raus. Danach helfe ich. Nein, die lasst sie mir. Nein, die schieße auf die auf was anderes. Da. Okay, da geht's auch. Jetzt smockt sie sich wieder. Und ich mir halt ihre Fügel. Ja, ich hab sie schon. Alles gut. Ich hab sie schon wieder. Ich hab sie schon wieder bei der Hipper. Und dann sind wir alle happy und glückflippend geil. Aber die muss auf jeden Fall raus, bevor sie auf mich schießen kann. Das ist sehr gut. Ja, jetzt kommt die Hipper. Definitiv. Unsere Equipe hat die Montage genommen. Ja gut. Aber dann. Auf auf. Golden Erex. War langweilig das Gefecht, Leute. War langweilig. War auch nicht was. Ja, nur 47.000 gemacht, gell? Ja, 26. Wer pingt denn da? Die müssen Schuss runter. Fick dich. Lusch mal einen Schwanz. Was? Wopaxeig, Push. Naja, da. Die Mercer hat sich mega zurückdrängen lassen. Da ist unhöflich. Nur aus der Weiß. Kann ich nicht tolerieren. Bewahrn mich. Guck, er ist auch unhöflich. Guck, ich kann auch wieder freundlich sein. Sorry, kein Problem. Was ist das für ein geiles Gefecht? Aber du musst aufpassen, dass du nicht zu lange hier drin verweilst. Ich gebe Gas mit meinem Speedmodul. Die West Virginia ist übrigens beansprucht. Ich habe sie schon angelegt. Ey, das habe ich nicht gesagt. Da kann ich nichts für. Das ist dein Fehler. Ja. So. Da. Warte ich, unsere Bismarck hier. Die ist AFK. Ja. 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 Vielleicht brennt es ja auch. Zuhause. Du weißt ja schon. Hast du noch eine Edingberg? Ah, ich sehe schon. Alles fliegt da hin. Ihr mobst auch alles. Das ist nicht schön. Zitta. Zitta. Ja. Das ist einfach nicht gerecht. Das ist meine Cleveland, denn sie gehört mir. Ich denke, ich denke, die West Virginia gehört. Ja, aber die Cleveland ist eine Wahnsinensgefahr. Die ist gerade so nah. Aber ich treffe irgendwie Reziterellen nicht, weil ich zu dämlich bin. Sie ist auch geteilt, wie sie ist. Ja, es war mal. Es ist jetzt schon lange nicht mehr so. War in der Peter. 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 War in der Peter schon nicht mehr so. Hab ich gehört. Ja. Ist ja aber geil gewesen, wenn sie das behalten hätten. Alte Zitterellen. Irgendein Luder hat sie angezündet. Ich glaube, das ist Schalke gewesen. Nein. Immer wenn die Russen verdächtig fassen. Die Russen sind immer das Übel. Niemand hat vor, die Ukraine zu besetzen. Ich meine. Schau mal da. Torpedos. Ich weiß, wo der DDE ist. Der Gegner ist. Der Gegner ist. Ich weiß, wo der DDE ist. Der muss. Ja. Definitiv. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil er das Zeige erkannt. Aber dummerweise umgeschaltet auf AP. Ich weiß nicht warum. Das war verrückt. Oh, die schießt mit HAL. Nein. Das ist nett. Und ein Brand dabei kann reparieren. Ich habe überlebt. Flugzeug raus. Jetzt geht es den DDE an den Krag. Oh ja, Baby. Hm. Willst du mein Kill sein? Sag ja. Oder nein. Du hast keine Wahl. Außerdem ein Snack den ab. Ich weiß nicht. Wo die Russen schießen drauf? Ja, immer riechst die Russen. Ja. Was ist denn hier in der Hinsicht? Kann ich mir drauf schießen? Oh. Ja. Ja. Sehr schön. War langweilig. Ja, er geht. Klingt eigentlich. Also, ich wurde unterhalten. Das ist immer spannender, muss man sagen. Ja, gut. Ich bin's mal. Keine Ahnung, was die hatte. Die hat einen Punkt gemacht. Weiß nicht. Mit einem Punkt? War auf K. Nein, auf K ist nicht schön, ne? Ja. Ich meine, gut. Ich weiß nicht, weil ich das Kind vom Sofa gefallen war. Ja. Ja, ja, ja. Zumindest hat sie sich ein bisschen nach vorne bewegt. Also, anscheinend hatte sie die Absicht, was zu machen, aber dann ist was dazwischen gekommen. Da muss man nochmal, wie heißt das? Äh. Ruhe vor Recht. Nein. Wie heißt das? Gnade vor Recht. Gnade vor Recht. Vielen Dank. Vielen Dank.